Was ist Ihre innere Triebkraft im Leben? Wie kann ich dazu beitragen, dass diese Gesellschaft zusammenbleibt, obwohl es zunehmend Fliehkräfte gibt, Unterschiede gibt? Wie kann ich zur inneren Friedfertigkeit dieser Gesellschaft beitragen? Das ist, glaube ich, ein großer Antrieb. Ich war gegenüber Missionaren immer ziemlich skeptisch eingestellt. Wo macht Politikgestaltung heute am meisten Spaß? In Düsseldorf, Berlin oder Brüssel? Das ist sehr unterschiedlich. Als Ministerpräsident haben Sie eine ganze Bandbreite von Themen. Als Bundesfinanzminister müssen Sie in einem Segment sehr gut zu Hause sein. Wahrscheinlich macht Ministerpräsident mehr Spaß, weil Sie mit mehr Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher Aufgaben und beruflicher Hintergründe zu tun haben. Welches Vorurteil zu Politikern, dem Sie immer wieder begegnen, möchten Sie an dieser Stelle gerne entkräften? Dass die sich bereichern, dass die alle unfähig sind, dass die zu langsam sind, sondern ich würde gerne vermitteln, dass wenn es nicht mehr genügend Frauen und Männer gäbe, die sich für Mandate bewerben, wie wäre es dann um die demokratische Substanz dieser Gesellschaft bestellt? Anders ausgedrückt, 90 bis 95 Prozent aller Politiker arbeiten ehrenamtlich. Das ist die ganze Vielzahl von Kommunalpolitiker. Stellen Sie sich vor, es gäbe nicht mehr genügend Frauen und Männer, die sich für Kommunalwahlen zur Verfügung stellen. Vielen Dank, Herr Steinbrück.